Da da da, dann gehen wir mal jetzt hier in die Höhle. Wo bis jetzt noch nichts lauert, Gott sei Dank. Bis jetzt sagte sie und da kamen 20 Creepers. Oh, ist das hier viel Kopfer mit einem Schwert, mit einem Eisenschwert. Baue ich Kopfer ab, das ist eine gute Idee. Das könnte vielleicht ein bisschen dauern. Bauen wir gleich mal mit ab. Ein bisschen Kopfer, ein bisschen Kopfer. Okay, wollen wir den Polariser zum Laufen kriegen, ne? Mit Energie. Oh, das wäre genial. Das wäre echt genial. Ich will gar nicht wissen, wie viel da dann rauskriegen. Das verdoppelt sich ja alles. Oh, das wäre nice, wenn das wirklich klappt. Oh, das wäre cool. Ich wollte gerade sagen, aufgeladenes Quarz. Es gibt ja auch aufgeladenes Zettus Quarz. Wir brauchen das ja so viel, ich weiß, für Planagistic. Ich glaube, ich habe es diesmal sogar richtig ausgesprochen. Wow. Damit können wir am E-System und alles bauen, aber ich glaube, das mache ich nicht. Ich bin nicht so für das E-System. Es ist gut, es ist praktisch, es kann viel lagern, aber ich halte von dem nichts. Aber die haben Kabel, der Zettrat, glaube ich, ist ziemlich gut. Wie viel haben wir noch? Oh, wir haben noch genug. Wir haben noch genug. Oh, wir haben noch genug. Haben wir genug in dem Inventarplatz? Genug Inventarplatz. Das ist die andere Frage. So, was ist das? Zinn. Zinn, Zinn, Zinn. Ich bin ja froh, dass wir keinen Schaden kriegen. Ich glaube, das haben sie rausgemacht, oder? Also, ich weiß, in 1,7, das ist ja schon sehr lange, das ist so durch, 1,7, 10 ist ja noch stabil, stabil die Version. Aber ich weiß, dass, ähm, alter ist das viel von dem Appetit. Also, wenn du damit ein Haus bauen willst, ne, kannst du, glaube ich, genug kriegen. Ein epischer Kampf. Wow, wow, wow. Auch egal. Was haben wir so mehr? Öl. Wir haben Öl gefunden. Kampfer tsunami? Nein. Äh, wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Ah, jetzt. Ja, wir sind ziemlich weit. Aber wahrscheinlich noch nicht auf der Höhe, wo wir sein müssten. Aber ein bisschen Eisen haben wir. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das für ein Geräusch ist. Dann gehen wir gleich mal den anderen Weg, da ging es nämlich noch runter. Dann gucken wir mal, wie weit wir da runter kommen. Ich glaube, wir müssten auf Ebene 20 oder so, glaube ich. Dann kommen wir so ungefähr auf, äh, Dingsen, auf, äh, Redstone. Ich hoffe, unsere Spitzhäcke, ja gut, unsere Eisenspitzhäcke wird das definitiv noch reichen. Weil so viel werden wir damit nicht abbauen. Weil die soll wirklich nur fürs Dingsen sein. So, dich nehme ich auch noch mit. Dic nehme ich auch noch mit. Das baue ich jetzt nicht ab. Dich brauche ich nämlich nicht. So, dann geht's nämlich weiter. Aber dich nehme ich noch mit. Für dich habe ich noch Platz. Aber das ist schon, äh, ich muss sagen, ne, äh, really nice und ziemlich viel. Äh, da wollte ich jetzt nicht hin. Ich will jetzt da unten hin. Ich mache hier überall Fackeln hin. Da kannst du sagen, was du willst. Okay, wir können da... Ich geh da. Noch mehr von dem Kram. Alter. Oh, aufgeladenes. Ich baue das mal lieber damit ab. Schockierend. Okay, noch mehr. Das ist jetzt geladener. Oh, cool. Äh, fressenmäßig sieht's gut aus. Das ist noch mehr von dem Zeug. Das ist noch mehr von dem Zeug. Oh, hier ist noch mehr Eisen. So. Da geht's runter. Da geht's auch... Oh Gott, hier geht's überall runter. Ich, äh, hier erstmal ausleuchten. Was? Bleierz. Das ist gut. Das ist sehr gut. Da geht's noch weiter runter. Ich möchte aber erst das... Oh, Bleierz. Hier gibt's so viel. Ich finde das cool, dass es hier Höhlen gibt. Das erspart uns das endlose Buddeln. Sonst würde ich jetzt wahrscheinlich in einer Richtung die ganze Zeit buddeln. Dass wir auf Eisen stoßen. oder überhaupt auf irgendwelche Ressourcen. Äh, ich glaube Blei jetzt. Sollte ich hier mit abbauen. Ich glaube, das krieg ich nicht mit einem normalen Stein ab. So, okay. Ich glaube, das wird so unsere Home-Schlucht für alles. Geht's hier noch weiter? Wow, 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 wow. Geht es tatsächlich nicht. Es kann sein, dass es vielleicht von dem Gang da ist. Das werde ich gleich herausfinden. Nee. Damit. Ah, noch mehr. Steine. Irgendwelche interessanten Steine. Ach, Silber. Silber? Silber ist gut. Noch mehr Blei. Können wir gebrauchen, denke ich. Okay, dann gehen wir jetzt in den anderen Gang weiter. Da war auch noch Blei jetzt. Ich weiß. Da ist auch noch Eisen. Das weiß ich auch. Es ist halt echt viel. Da weiß man nicht, wo man anfangen soll. Könnte sein, dass wir hier dahin kommen. Ja, es scheint wirklich der Fall zu sein. Oh Gott. Ich geh jetzt mal zurück. Dann mal noch ein bisschen hier abbauen, ne? So viel Zeit muss sein. Ich denke mal, wir werden mit richtig viel Loot rauskommen. Was hab ich da eigentlich gesammelt? Da ist etwas, das hab ich noch nicht gehabt. Was ist das? Periduit. Oh, Silber. Silber, da ist Blei. Oh, wir kommen dann in den Tiefen, wo jetzt interessant wird. Und ich glaube, ich muss nochmal meine Taschen ausnähern. Das wird sehr viel. Darf ich mal eben was wissen? Oh Gott sei Dank. Wir können Steinstäbe machen. Ich bin so zufrieden. Da ist Öl. Okay. Ja, das ist da, wo wir, glaube ich... Jetzt muss ich gerade mal eben aufpassen. Runter kommen. Oh Gott. Was ist das hier für ne... Geile Location. Ah, hier ist das gewesen. Da ist unsere Fackel. Und da geht's runter. Oh. Da unten ist Lava. Das ist sehr gut. Dann werde ich jetzt mal den Wasserfall aufstellen. Den ersten zumindest. Und auch ein bisschen Beleuchtung in den anderen Richtungen machen. Also hier ist nur Öl. Also da kann schon mal nichts kommen. Und was ist hiermit? Ja, okay. Da kann was kommen. Aber... Hier ist schon Ende. Es ist echt viel Stuff. Du weißt ja gar nicht, wo du anfangen sollst. Oh Gott. Wir werden hier viel, viel, viel sein. Ah, ist das Gold. Haben wir Gold eben erwischt? Gold... Oh Gott, sag mir bitte, dass das Gold ist. Ich schwör's dir. Ich knutsche dich dann. So, das tun wir mit. Vielleicht können wir damit was anfangen. Hier das tun wir auch mit. Es ist Gold. Es ist Gold. Ja, geil. Es ist Gold. Es ist Gold. Gold, Gold, Gold. 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 Mal her damit. Mal her damit. Oh, viel Gold, viel Gold, viel Gold. Oh, sehr viel Gold. Eine kleine Goldader. Oh, Gold. Oh, Gold, Gold, Gold. So. Nice. Gold. Ja, da waren wir gewesen. Dann machen wir dich auch mal dicht. So. So. Eine Hoffnung, dass mir nichts von hinten, außer die Fledermaus, springt. Dich nehmen wir mit. Ja gut, dich nehmen wir auch mit. Ausnahmsweise mal, wenn mir die Fledermaus dann nicht in die Quere kommt. Dich nehmen wir auch mit hier. Ein bisschen Stein. Ein bisschen hier, ein bisschen da vorne. Oh Gott. Und wieder ein Inventarplatz. Okay, wir haben genug. Wir können auf jeden Fall wieder hierher. Oh Gott. So viel Eisen. Und wir haben eine Quelle für Dingsen. Obsidian. Genau. Ich glaube, wir haben nämlich die Stowage, ne? Mit den Stowage können wir die Stowage können wir aufrüsten. Ich habe keine Worte bei dem ganzen Umfang, was wir hier haben. Also, seit 1.12 hat die Deep Dark sich echt geändert, muss ich wirklich sagen. Das ist... Wow. Da ist Öl. Da ist... Oh, hier ist so viel. Da hinten geht's auch noch weiter, ne? Und ich höre ein Zombie. Da geht's auf jeden Fall weiter. Geht das da weiter? Oh, da hinten ist Redstone. Da hinten ist Redstone. Oh. Oh. Okay. Es könnte aber auch sein, dass der hier irgendwo ist. Da oben. Wartet. Wo bin ich? Wo bin ich? Äh, im Blick. Ach du Scheiße. Da bin ich. Da hinten ist einer. Da geht's weiter. Alles klar. Ja. Prost Mahlzeit. So. Ich wollte grad sagen, was das denn? Das ist nur eine Fledermaus. Das erschreckt mich nochmal so. Oh, ich muss hier aufpassen. Ich... Mach das mal kaputt. Und zweitens... Geht aber grad was in Flammen auf. Da ist Lapis Lazuli. Da ist er. Er kommt aber nicht her, ne? Er traut sich nicht. Er ist schüchtern. Geht er jetzt echt...